moin leute was geht hier ist wieder der geist in dem heutigen video möchte ich euch einen neuen glitch zeigen mit dem ihr über die map fliegen könnt und zwar war ja gestern das agency live event leute und wie fast jedes live event davor hat auch dieses event ein glitch mit sich gezogen und wie genau dieser glitch funktioniert das zeige ich euch jetzt was ihr genau für diesen glitch braucht ist ein boot und den rand der zone leute ihr fährt mit eurem boot zum rand dazu ich mache das jetzt direkt bei der ersten zone damit ich das video so schnell wie möglich für euch drehen kann ihr parkt euer boot am rand was ihr dann machen müsst ihr steigt aus geht in die zone rein und steigt von dort aus wieder ein neuer boot und verlässt es dann ich zeige es euch mal ich bin weggefahren hat nicht funktioniert so einmal am rand der zone wieder genau aussteigen in die zone rein einsteigen und wieder aussteigen so falls es dann geklappt hat leute dann werdet ihr so wie ich in die luft fliegen hier könnt ihr auch alles machen ihr könnt schießen ihr könnt euch heilen das heißt wenn ihr das wenn ihr bis zum bis zur letzten sondern überlebt könnt ihr euch einfach damit den fischen hochheim die gegner werden gar kein gegner sehen und werden dann auch dementsprechend dann früher oder später sterben ja das war's dann auch von mir leute falls euch das video gefallen hat dann schreibt es mir in die kommentare haut den daumen nach oben und lasst mir auch hier ein abo daumen nichts mehr zu verpassen vielen dank und bis zum nächsten mal ciao